hier Eier auf was gerade sie wird zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit auch herzlich willkommen zu Teil 12 von Cleverbox Staffel 1 krass ich weiß Legende der Typ einfach so ein bisschen Vorproduktion denn das ist jetzt die zwölfte Folge und es ist immer noch der achte sechste Alter was ist denn los hier ich werde nämlich alle Folgen heute aufnehmen also alle Folgen die in Staffel 1 kommen werde ich heute aufnehmen krass I know ich bin dann einfach ein Gengst Spaß wir starten direkt rein mit dem Chat und dem Cleverbot weil du halt ein PC bist was was ja was H ich wollte ja schreiben aber HA geschrieben Digga wo ist denn lustig vor allem alles schlage doch was vor so warte mal äh ok ne dann ich doch nicht Alter ich weiß ich doch nicht ich glaube alles bland irgendwo und hoch gut ja noch auf Stadiger die Kitz kennst du nein in die 10 was sie in die 10 auch alter Langsam triggert er mich wieder. Aber der triggert mich auf höchstem Niveau. Hä? Hö? Paul Mann. schreiben ja perfekt ich auch so ich habe jetzt gefühlt einfach zwei minuten nicht gelabert man kennt ja jetzt habe ich hier windows geöffnet ich bin ein junger mal trinken jede folge die selbe frage und weil wir uns nicht kennen mann okay es wird so weird oh dead hey hey wohin ich habe geburtstag apropos geburtstag ich bin fast soweit ab heute 0 uhr beziehungsweise heute nacht 0 uhr wir gehen die letzten 24 stunden zu meinem geburtstag 30 da sieht da bruder das dauert noch ich schaue mal schon ob da ein video kommt über den video plan hier noch offen das ist ja schön wenn man 30 31 31 das nächste video so gesehen also kommt ein video 31 das nächste video kommt jetzt am 14 richtig online also am 14.6 für mich ist immer noch grad acht der sechster für euch ist jetzt mittlerweile äh für euch ist mittlerweile jetzt der 28.7 wenn mich gerade alles täuscht ne ja 28.7 ist für euch jetzt schon wenn ihr das video seht für mich ist allerdings noch der 8.6 der letzte weil ich nehme ja grad die zweite folge klammer pot hier auf ok ich habe auch bald klammer pot hier auf so das und klammer pot klammer pot ich schreibe jetzt richtig auch Gott ich hab dich auch nicht eingeladen habe dich auch nicht eingeladen Jens ich dachte es wird eine 6 was 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 Komplette Verwirrung gerade aber eine 4 Monate es war gar nicht so schwer Warte worum geht es hier gerade keine Schläge mehr bestanden Leute ich würde sagen wenn euch das Video gefallen hat lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da und schaut auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung Wie gesagt schreibt gerne auch wieder Themen und Fragen für die zweite Staffel rein Alles wird also alle Sachen also alle Themen und Fragen die jetzt noch reinkommen kommen erst in der zweiten Staffel vor Und ja die beginnt übrigens erst am 22.12. Also so gesehen von euch aus aus gesehen noch ein paar Monate hin Von mir noch ein halbes Jahr Und ja bis zum nächsten Mal Tschüss 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 J اب